Ich bin schon so lange auf Tour, dass die Straße mein zweites Zuhause geworden ist. Seit ich das erste Mal für die Lebenshilfe aufgetreten bin, wollte ich quer durch Deutschland reisen, um auf deren tolle Arbeit aufmerksam zu machen. Die Lebenshilfe Tour war ein unvergessliches Erlebnis. 13 Shows in 13 verschiedenen Städten, über 5000 Kilometer in zwei Wochen. Jeder Schritt auf dem Weg war inspirierend. Jede Halt war anders. Die positive Stimmung war wirklich überall zu spüren. Ich fühle mich unglaublich dankbar und glücklich, ein Freund der Lebenshilfe zu sein und ihre Arbeit mit meinen Liedern unterstützen zu dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017